Der britische Geschäftsmann Johann Elias ist der neue Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS. Der in Schweden geborene und von Großbritannien nominierte 59-jährige Headchef wird am Freitag beim 52. Kongress des Internationalen Skiverbandes unter vier Kandidaten im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. Er folgt Jean-Franco Caspar nach, der Schweizer war 23 Jahre lang im Amt. Elias erhält von 119 Stimmen 65 und damit rund 54 Prozent. Elias ist der fünfte FIS-Präsident. Vor Caspar waren es der Schwede Ivar Holmquist, der Norweger Nikolaj Ram Östgard und der Schweizer Mark Hodler. Caspar hat aus gesundheitlichen Gründen nicht am Kongress teilgenommen. Die Amtszeit von Elias dauert vorerst bis 2022.